Servus liebe Trader, derzeit gibt es am deutschen Markt viele interessante Trading Chancen. Interessant sind vor allem trendstarke Aktien wie eine Elmos Semiconductor, wo man auch sieht, wie es an der Schnur gezogen die letzten Wochen nach oben gegangen ist und softwaregestützt können wir auch mit dem Indikator Trendstärke hier nach solchen Chartbildern suchen. Vergleichbar sind trendstarke Aktien auch mit Momentum Stocks und vor allem Momentum getriebene Aktien haben eben in kurzer Zeit sehr starke Trendbewegungen. Der Vorteil ist bekanntlich, Trends, wenn sie sich einmal etabliert haben, haben auch die Tendenz weiter fortgesetzt zu werden und deswegen gibt es nach kurzen Konsolidierungen immer wieder den nächsten Trendschub, der dann neue Einstiegssignale liefern kann. Ein weiterer Vorteil bei diesen trendstarken Aktien ist auch, dass meistens dann gezielt nach einem Ausgangspunkt für diese Aufwärtsbewegung gesucht werden kann. Es muss einfach ein fundamentaler Grund, irgendeine positive Nachricht dahinter stecken, warum diese Aktie jetzt gerade gespielt wird und besser läuft als der Index und ich lade da jetzt kurz mal was hinein, denn auch bei Elmos Semiconductor hatten wir diese positiven Nachrichten. Einerseits waren es zum Beispiel Analystenkommentare, Warburg hat hier Anfang November auf 73 Euro schon hochgestuft, dann gab es einige Insiderkäufe des Aufsichtsrats, der zum Beispiel hier am 9. und 10. November war es glaube ich, für etwa 574.000 Euro gekauft hat, am 14. November dann noch eine Transaktion, die Aktie zieht weiter an, das Vertrauen der Investoren hat wieder zugenommen und jetzt hatten wir hier auch sehr schön den Big Picture Breakout und jetzt auch auf hohem Niveau wieder unter enger Handelsspanne eine folgende Konsolidierung, weshalb die Aktie im Blick behalten werden sollte. Was ist bei Elmos vielleicht noch interessant? Es ist ja ein führender Hersteller von Chips für die Automobilindustrie. 89% der Erlöse stammen aus diesem Markt und die Boston Consulting Group geht zum Beispiel auch in einer Studie davon aus, dass sich der Chipanteil der durchschnittliche je Fahrzeug bis zum Ende der Dekade auf etwa 1170 Dollar verdoppeln wird. Das ist natürlich eine positive Nachricht und auch die aktuellen Konsensschätzungen bei Elmos Semiconductor signalisieren, dass man in diesem Geschäftsjahr um etwa 31% beim Umsatz und 80% beim Nettogewinn wachsen dürfte. Sehr spannende Aktie, die man jetzt hier findet. Jetzt zeige ich euch aber, wie man das machen kann. Wir sind ja auf unserem Trading Desk eingeloggt, haben Zugang zur Börsensoftware. Alles, was wir brauchen, ist eine Kursliste. Ich öffne sie heute mal nicht über den Reiterlisten, sondern hier über unseren noch umfangreicheren Listen Explorer. Hier einfach auf das rote Raketensymbol draufklicken. Dann habt ihr alle verschiedenen Länder, Trends etc. Dort können wir zum Beispiel die Liste Deutschland Prime TF aufmachen, wo eigentlich die wichtigsten deutschen Werte auch schon drauf sind und fügen dort jetzt, wie gesagt, eben den Indikator Trendstärke hinzu. Machen können wir das bei den Kurslisten immer über das grüne Plus-Symbol, rechts oben in der Spalte. Dort haben wir Indikatoren, Trendstärke mittelfristig. Es gibt auch einen langfristigeren Betrachtungszeitraum. Wie das Ganze berechnet wird, könnt ihr euch anzeigen lassen, wenn ihr auf das Rufzeichen klickt. Und wir bekommen jetzt dann gleich Trendstärke Werte angezeigt, wo man sagen kann, bei einem Aufwärtstrend, ein Wert von 2 gilt schon als sehr starker Trend. Ein Wert von 4 deutet dann schon langsam auf eine mögliche Übertreibung hin. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei fallenden Kursen, also Abwärtstrends, minus 2, minus 4. Starker Trend oder Hinweis auf Übertreibung. Jetzt schalten wir nur diesen Indikator hinzu, sortieren mal den Absteigen der Reihenfolge nach einem möglichst starken Aufwärtstrend oder einer hohen Trendstärke. Hier haben wir eben Elmos Semiconductor ganz oben auch mit dabei. Wir finden aber noch weitere spannende Titel, wie zum Beispiel eine SMA Solar, die jetzt auch gerade wieder auf neue Hochs zieht. Da sieht man auch sehr schön diesen Initialimpuls, die angehobene Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr. Wir sehen aber auch charttechnisch aktuell sehr vielversprechende Setups, wo es jetzt aus der Konsolidierung nach oben rausgehen könnte. Wir haben hier eine wieder sich verengende Handelsspanne gesehen, auch hier wieder im Bereich des Hochs und hatten hier zuletzt auch die Nachricht, dass der Anlagen- und Maschinenbauer bis 2030 um 5 bis 6 Prozent pro Jahr wachsen möchte. Die EBIT-Marge soll nachhaltig bei 8 Prozent liegen. Positive Nachrichten. Und auch hier könnte es zeitnah wieder zur Trendfortsetzung kommen. Überzeugen will das Unternehmen auch mit neuen Batteriebeschichtungstechniken für Elektroautos beim Bau von klimafreundlichen Holzhäusern, also auch Fertigteilproduktion. Es läuft insgesamt sehr gut und hier ist auch ein sehr schönes Beispiel eben für eine sehr hohe Trendstärke zu sehen. Auch Infineon kennt man natürlich, der Halbleiterhersteller, heute zwar 1,7 Prozent hinten, aber auch diese Aktie ist zuletzt wieder schön angesprungen, konsolidiert hier im Bereich des Hochs. Erst im November hat man auch wieder den mittelfristigen Ausblick angehoben. Man will jetzt nicht mehr 9, sondern 10 Prozent wachsen können. Die Marge soll mit 25 Prozent ebenfalls besser als mit 19 Prozent bisher angenommen ausfallen. Und auch die Zinsängste haben zuletzt abgenommen, die Aktie jetzt deswegen auch zuletzt wieder schön angesprungen. Ihr seht also, mit diesem Screening kann man mit wenigen Klicks spannende Breakout-Chancen oder die aktuellen Bullen am deutschen Markt auch rasch identifizieren und eben trendstarke Aktien haben eben immer wieder auch die Chance nach einer Konsolidierungsphase, nach einer Verschnaufpause mit dem nächsten Trendschub neue Kaufsignale für Trendfolgetrades zu generieren. Alles, was ihr benötigt, um dieses Screening auch selbst so durchführen zu können, ist wie gesagt die Börsensoftware. Alle Informationen findet ihr auf home.traderfox.com. Einfach hier nach unten scrollen. Hier gibt es dann nochmal die Übersicht zu allen Produkten. Aufgelistet hier eben auch die Traderfox Börsensoftware für 29 Euro im Monat erhältlich. Es gibt da noch einige weitere Tools, die neben dem Trading Desk inkludiert sind, wo ich euch entsprechende Anleitungsvideos in der Videobeschreibung verlinke. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Screenen und viel Erfolg mit euren Trades. Es gibt das Also bei mir auf'm